Wie kann ich Hypoglykämie in der Schwangerschaft behandeln? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Hypoglykämie in der Schwangerschaft behandeln können. Die meisten Forschungsergebnisse kommen zu dem Schluss, dass das Essen kleinärer Mahlzeiten während des Tages statt drei großer Mahlzeiten dazu beitragen wird, den Blutzuckerspiegel normal zu halten. Darüber hinaus möchten Sie möglicherweise ein Blutzuckermissgerät verwenden, um Ihre Füllstände zu überwachen? Diese Geräte erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder in den meisten Drogerien. Die Symptome einer Hypoglykämie in der Schwangerschaft werden nicht als sehr verschieden von anderen Diabetes-Typen angesehen, und das Management ist ähnlich. Wenn Sie sich vieler gönnen, fühlen Sie sich nicht nur besser, es kann auch ein Faktor für das Management von Hypoglykämie während der Schwangerschaft sein. Es wird angenommen, dass sowohl Ruhe als auch Entspannung die Verdauung unterstützen. Und eine gute Verdauung kann eine Rolle dabei spielen, wie Ihr Körper Zucker und Proteine metabolisiert. Wenn Sie in der Schwangerschaft an einer Hypoglykämie leiten, können Sie Ihren Feind oder Ihren Freund als Übungsgerät bezeichnen. Manchmal kann heftiges Training den Zustand sogar verschlimmern. Deshalb sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie Trainingsroutinen in Ihre täglichen Aktivitäten integrieren. Die Ernährung ist ein wichtiger Aspekt bei der Behandlung von Diabetes. Wenn Ihr Arzt feststellt, dass Sie in der Schwangerschaft an Hypoglykämie leiten, wird er Ihnen wahrscheinlich ein Ernährungsprogramm empfehlen, das Sie befolgen sollten. In der Regel sind Diäten, die auf den Blutzuckerspiegel abzielen, gut gerundet und enthalten die täglich empfohlenen Mengen an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Sie sollten mit Ihren eigenen biologischen Rhythmen in Einklang bleiben und bereit sein zu reagieren. Wenn Sie genau darauf achten, wie Sie sich fühlen, können Sie möglicherweise feststellen, wann Ihr Blutzuckerspiegel sinkt. Sie sollten wahrscheinlich gesunde Snacks wie Äpfel und Nüsse bereithalten. Manchmal können Sie Ihren Blutzuckerspiegel durch einen schnellen Snack normalisieren, bevor er außer Kontrolle gerät. Hypoglykämie während der Schwangerschaft kann eine ernsthafte Erkrankung sein, die sowohl für Sie als auch für Ihr Baby ein Risiko darstellen kann. Babys, die von Müttern geboren werden, die an dieser Erkrankung leiden, sind oft übergewichtig und können Atemprobleme haben. Es kann auch ein Zusammenhang zwischen Hypoglykämie während der Schwangerschaft und Frühgeburt bestehen. Um das Risiko einer Hypoglykämie während der Schwangerschaft zu minimieren, sollten Sie wahrscheinlich einige Schritte des gesunden Menschenverstands unternehmen. Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, ist zu versuchen, Ihre Gewichtszunahme im gesunden Bereich zu halten. Die Gewichtszunahme von Frauen während der Schwangerschaft kann sehr unterschiedlich sein. Erkundigen Sie sich daher bei Ihrem Arzt, was für Sie ein gesundes Gewicht wäre. Übermäßige Gewichtszunahme während der Schwangerschaft kann manchmal zu Hypoglykämie, schwierigen Abgaben und erhöhtem Blutdruck führen.